Leute, Yu geht grad durch den Flur, gleich ist es soweit. Jetzt will sie schon den Wäschelkorb nach mir werfen. Oh, oh oh, oh oh. Da ist er schon, im Türrahmen. Nein! Ein Kabuto, das hätte ich gerne. Hättest du auch gerne einen Kabuto, Yu? Es ist einfach gegangen. Ich hab verkackt. Nehmenschuss, das tut ganz schön weh, wenn es ein stärkeres Pokémon wäre. Oh, oh oh. Ich mein nicht Bianca, ich mein Sandra. Bianca heult nur und gibt den Orden dann nicht. Beziehungsweise gibt den Orden einen sofort, nachdem man ihn nochmal anspricht. Aber Sandra sagt so, nö. Da liegst du, da hast du falsch verformiert. Sandra ist diejenige, die einen Zick ich dir ordentlich gibt. Bianca ist einfach nur noch Hölzuse. Und ja, Cynthia ist definitiv episch. Kabuto ist Garbage? Dein Gesicht ist Garbage? Was ist los? Aber was will ich von jemandem erwarten, der einen Kleopada als Avatar hat? Er hat wirklich einen Kleopada als Avatar, Leute. Das ist für keinen Scherz. Mega Kabuto. Aber ich weiß nicht. Ich finde, diese ganzen prähistorischen Pokémon brauchen eigentlich keine Mega-Entwicklung. Wobei, dann wären sie super antik. So wie Mega-Aerodactyl. Proto-Kabutops quasi. Ich kann dort die Linie einfach nicht mehr einsetzen. Das ist furchtbar. Es ist furchtbar. So. Meine Nase juckt. Ich werde sie mir kratzen. So. Mission erfolgreich. Troi ist auch sehr gut. Das stimmt. Den mag ich auch. Proto-Kabutops-Hype. Irgendwie jeden... Da wären wir wieder beim Trash-Talken. Ja, richtig. Da sind wir wieder genau am Anfang der Diskussion angelangt. Wollen wir was nachgucken? Ah, so. Okay. Sehr gut. So ein Mist. Ach, so viele Leute. Also, Vogel-Bogum und unser Fliegen beigebracht. Das wird noch so lange dauern, die ganze Route hier abzugrasen, Leute. Ja, Vasilis Design in Oras mag ich auch nicht, ehrlich gesagt. Nicht wirklich. Sein altes war wesentlich epischer. Aber wir dürfen noch einen Pokémon gleich fangen. Fällt mir gerade ein. Fällt mir ja gerade so ein. Mega Seedra King. Oh ja, das wäre wirklich episch. Ein kleines Ratini. So vor vier bis fünf Jahren hast du mal Wario Land 4 gekündigt. Kommt das noch? Bestimmt irgendwann mal. Keine Ahnung. Ja, da wird es mir auch gefallen. Ich habe aus diesem Trailer alles... Let's Played. Bis auf Wario Land 4, glaube ich. War das Einzige, was ich tatsächlich dann nicht gemacht habe. Aber ja, an sich steht es schon... Es steht immer noch auf meiner Liste. Wie viele andere auch. Also... Bestimmt irgendwann mal. So. Was für eine Bruchlandung. Schon wieder ein Gentleman-Jo. Jo hatten wir auch schon häufiger als Namen jetzt. Und der sieht hier nicht mal aus wie Ike. Das war eine Unverschämtheit. Okay, Leute. Neues Routen-Pokémon. Glaube ich jedenfalls. Ich muss nochmal ganz kurz überprüfen zur Sicherheit, ob ich nicht da wirklich falsch liege. So. Ja, bevor jetzt sind dann aber gleich noch eins für Route 13. Ist das nicht herrlich, Leute? Ich finde schon. Okay, alles klar. Routen-Pokémon. Dann ist das bestimmt wieder irgendein Starter. Pass auf. So. Okay, und es ist... Kein Starter und kein Käfer. Das ist ein ziemlich unspektakuläres Golbert. Ich meine, X-Bad ist episch und so weiter und so fort. Bla, bla, bla. Aber... Naja. Naja. Ich meine, der ist ja so... X-Bad ist wirklich ein gutes Pokémon. Vor allem so für einen Playthrough. Aber... Irgendwie hypt es mich nie, wenn ich einen X-Bad oder... Äh, wenn ich einen Zubad oder einen Golbert so wirklich sehe. Oh. Heurika. Ich wollte eigentlich jetzt die ganze Zeit mit Zahnstocher... Mit Zahnstocher? Mit Zornklinge. Zahnstocher. Ja, genau so heißt die Attacke. Ja, bei dem Schaden, der da gerade erfußt wurde, hätte man schon fast vermuten können, ne? Aber trotzdem, naja. Es ist halt so ein Pokémon, was du eigentlich überall finden kannst. Zahnarlings wiederum nicht, weil du bedenkst, dass wir eine Nase-Lock... Eine Randomizer-Nase-Lock spielen. So, bam. Ich seh grad, ich bin 11 Level höher. Ich hoffe, der überlebt das. Gut. So, Pokémon los! Ich will eigentlich nur Mega-Krebo-Tag, weil dann wäre Krebo-Tag quasi... Das wäre das Letzte, was ihm fehlen würde, um den Schritt ins Overuse zu schaffen, bestimmt. Wenn es dann wirklich besser wäre, als das normale Krebo-Tag. Das ist ja leider nicht immer ungefähr gesagt, ne? Dieses Bogen besorgt den Gegner selbst dann auch Energie ab, wenn es schwer zu fliegen wird. Iiiiih. Ich hab vorhin eben schon einen tollen Namen hier gesehen. Lakritz. So. Lakritz wurde auf Bilds PC übertragen. Wunderbar. Ich muss mal zurück in mich heilen, Leute. Einfach so wildes Glurak. Okay. Dann. Ich hab schon sehr oft gesagt, Golbert wäre so ein Pokémon, was ich niemals sehen wollen würde im echten Leben. Ihr müsst ja bedenken, Golbert ist ja eigentlich nur ein Kopf. Und der Mund ist quasi komplett geöffnet. Das heißt, ihr könntet eigentlich seine ganzen Innereien sehen. Oder... Boah, was meint ihr, wie eklig das aussehen müsste, wenn man da reinglotzt? Iiiigit. Muss nicht sein. Hat ein Lakritz denn ich schon? Nee. Echt, seid ihr sicher? Lakritz Ariados? Naja gut. Dann haben wir jetzt zwei Lakritz. Ist sein Zwillingsbruder. Haha. Mein Traum vor jedem Bio-Lehrer. Ja, ich glaub auch. Ich glaub auch. Ich habe Dinge gesehen. Ja, das würde man dann jedes Mal sagen, wenn man reingucken müsste in ein Golbert. Vermisst du die Schulzeit? Nee. Nee. Ganz sicher nicht. Auch wenn die Schulzeit die entspannteste Zeit des Lebens ist. Und es war auch eine schöne Zeit, aber ich will da nicht zurück. Niemals im Leben. Wo soll ich jetzt ein Zorn klingen? Ein Zahnstocher-Duell hier. Lakritz Tülse mit seinem widerlichen Beigeschmack. Hey, Lakritz ist doch voll lecker. Ich liebe Lakritz. Aber ich kenne einige, die es nicht mögen. Insofern passt das schon. Bäm. Na doch, glaub mir. Auch wenn du Abi machst, ist die Schulzeit entspannter als das, was danach kommt. Definitiv. Bin ich, lege ich meine drei Hände für ins Feuer. Haha. Was nicht heißt, dass es einfach ist. Das habe ich nicht gesagt, aber es ist was anderes. Zack, 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 zack. Uh, da bin wohl einfach weggeklatscht. Wie war ich eigentlich in der Schule? Das ist eine sehr gute Frage. Es gab Zeiten, da war, also, hm, ja, kam immer darauf an, wie ich gerade Lust hatte, irgendwie. Ich war guter Durchschnitt, würde ich sagen. Bis auf in zwei Jahrgängen war ich sogar Klassenbester. Oho. Ähm, ja, aber sonst guter, ja, guter Durchschnitt halt. Nichts besonderes. Bumm. Mein Lieblingskuchen. Die Buttercreme-Torte meiner Oma damals. Haha. Absolut. So wie der Streber, ich war kein, war kein, Herr Gott. Das ist immer so ein, Mann, warum ist das überhaupt, warum ist das überhaupt ein negativ behaftetes Wort? Das stimmt gar nicht. Ich habe eigentlich vieles gar nicht, also, vieles habe ich halt, lag mir halt einfach. Da musste ich ja noch nicht viel lernen, Sprache vor allem, Deutsch vor allem. Ich habe in Deutsch nie gelernt, war trotzdem immer da, mit sehr großem Abstand, der Beste in der Klasse. Dann wiederum Mathe, wo ich, äh, jedes Mal im Strahl kotzen könnte. Yu hat das mal wunderbar formuliert, Mathe ist Magie und nicht logisch. Das fand ich schön. Hahaha. Ist natürlich klar, dass Mathe logisch ist und so weiter, aber ich fand diese Aussage einfach toll. Mathe ist Magie. Hahaha. Naja, ne? Manches fällt einem halt einfach so zu, weil es einem liegt, aber manchen lernt man wie bekloppt und schafft trotzdem nur durchschnittliche Leistungen. So war es bei mir. Und das liegt aber auch, glaube ich, ganz stark am Interesse. Also, wenn man kein Interesse an etwas hat, dann ist man, glaube ich, auch automatisch, also, tut man sich mit dem Lernen schwerer oder ist generell nicht so gut da drin. Und so war es bei mir. Ich finde Mathe halt unheimlich uninteressant. Also, ich finde, glaube ich, nichts uninteressanter. Und deswegen, ja, hatte ich da auch keine Lust, mich da so reinzuknien irgendwie. Beziehungsweise konnte es halt einfach, einfach nicht so wirklich. Deutsch wiederum habe ich geliebt, jedes Mal wieder, auch wenn wir da den schlimmsten Lehrer der Schule hatten. Aber es war genau mein Ding einfach und da habe ich auch nie gelernt. Ich habe trotzdem immer gute Noten gehabt. Deswegen, naja. Biologie ist das beste Fach, wo es gibt. Ja, Bio ist cool. War cool. Lag aber auch sehr stark am Lehrer. Bei uns jedenfalls. Also, wir hatten zwei Jahre einen Lehrer, da war es so unglaublich langweilig. Was schade ist, war das so ein unglaublich interessantes Fach ist eigentlich. Aber wenn du da die richtigen Unterrichtsformen hast, ist das alles ganz schön cool. Geschichte, auch wieder sowas, ja. War so ein Durchschnittsfach bei mir. Kam halt auch wieder mal sehr stark aufs Thema an. Der normale Bürger findet das Erklären von Prozessen mit Zahlen und Variablen eben langweilig. Das ist ein natürlicher Abwehrprozess. Schöne Erklärung. Aua. Wirtschaft fand ich immer super. Stimmt, das war auch ein gutes Fach von mir. Wirtschaft. Erdkunde hingegen nicht. Wie kommen wir jetzt überhaupt auf dieses Thema? Interessiert euch das wirklich, wenn ich das erzähle? Ich meine, ich habe schon so lange nicht mehr über meine Schulzeit geredet. Wirklich, das ist ewig her. Bam. Chemie war auch immer super. Habe ja auch immer richtig Spaß gemacht. Bam. So, 34 für Tortellini. Physik ist auch sehr gut gewesen immer. Hm. Krass. Also, das ist wirklich so interessiert. Ja, gerne. Kann ich natürlich weitere Anekdoten bringen. Hintergrundmaterial für Fanfictions. Ah, ich verstehe schon. Ich werde ausspioniert. Aber einen Erdkunde mochte ich nicht. Überhaupt nicht. Auch wieder sowas interessiert mich einfach nicht. Klingt vielleicht stümperhaft, aber ist halt so. Kann einen ja nicht alles interessieren, ne? Warst du sehr sportlich? Ich war im Sport immer gut. Ich hatte immer eine 2 im Sport. Ich hatte nie eine andere Note. Immer eine 2. War das auch super einfach. Ich verstehe auch nicht, wie man... Upsala. Scheiße. Ich verstehe immer nicht, wie man im Sport schlechter als 2 stehen kann. Du musst halt nur mitmachen. Wenn du mitmachst, kriegst du schon eine 2. Das war's. In Spanisch war ich ganz gut. Auch wenn ich nix mehr kann davon. Das ist faszinierend. Ist wirklich so. Aber mir wurde mal gesagt, wir hatten einen Spanier in der Klasse. Und ich spreche unheimlich akzentfrei Spanisch. Also dafür, dass ich, äh... Dass meine Natursprache... Meine Muttersprache, das ist das Wort. Meine Muttersprache Deutsch ist. Spreche ich ziemlich akzentfrei Spanisch. Das Lustige ist, ich konnte mal alles vorlesen. Aber ich hab eh nur die Hälfte verstanden. Ich kann ja mittlerweile, ähm... Ich kann fast gar nix mehr. In Spanisch. Das ist ein bisschen traurig eigentlich. Ich war nicht schlecht. Naja. Sport LK. Okay, Leistungskurs Sport, sag ich nicht. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man da noch ein bisschen mehr Anforderungen hat. Ähm... Wir haben gerade eine 61-Cent-Spende von Meister Yoda11 bekommen. Kann Mathe nicht leiden, aber dafür Deutsch? Naja, du kannst auch nicht perfekt sein. Zwinker Smiley. Hey! Danke für die Spende trotzdem. Ähm... Und ja... Das war mein Lieblingsfach Deutsch. In Sport mit 2 durch bloßes Mitmachen, was für ein Betrug. Das war überall bei uns so. Keine Grunde aus, man war super sportlich und sein Liebling. Das klingt, als hättet ihr eine schwere Zeit gehabt alle in Sport. Also bei uns war es immer so. Egal auf welcher Schule ich war. Das würde faszinieren. Du siehst ja Naturkraft ein, oder zu Natursprache Spanisch. Wie gesagt, ich kann spanische Texte lesen, aber ich verstehe sie nicht. Aber es klingt immerhin gut. Und ich weiß, was war es damals so. Ich frage mich, ob der Deutsch-Lehrer gut in Deutsch ist. Also aufgrund der Kommentare, die er schreibt, würde ich mal vermuten, ja. Aber wie er in der Schule war, das wäre doch mal interessant. Sport war das Grauen. Ich fand Sport immer schön. Außer, als wir Volleyball gespielt haben, weil, oh mein Gott, wenn man das nicht in einem Verein spielt, ist man, glaube ich, immer eine Flasche. Und ich war schlecht im Volleyball. Ja, Volleyball. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich es verwechselt habe, wieder mal mit Völkerball, aber nein, Volleyball. Aber Badminton, das ist geil. Liebe Badminton. Kunst, ja, Kunst ist wieder sowas, es war immer sehr abhängig vom Lehrer bei uns. Wir hatten eine Lehrerin, die hatte, ähm, war ich tatsächlich seine schlechteste Deutsch- oder war eine 2+. Wundert mich nicht, so ging es mir ähnlich. Ich glaube, auch meine schlechteste Note, die ich je hatte in Deutsch, war auch irgendwas mit 2. Also, ja, wie gesagt, das war voll mein Ding. Interpretation und so weiter, alles Wirkliche, was damit zusammenhängt. Zeitformen, Grammatik, Stilmittel, Sachtextanalyse. Ja, selbst sowas. Ja, ich mag Textanalyse, Leute. Das hört man auch nicht oft, glaube ich, aber ich stehe da voll drauf. Ah, 91 Cent von Anonymous. Hattest du Religionsunterricht oder hast du dich davor befreien lassen? Pass, runde Zahl, FTW. Danke für deine Spende, Anonymous. Falls der Name gerade nicht hoffentlich einfach wieder falsch angezeigt wird. An jeden Fall steht Anonymous. Ich hatte Rallye-Unterricht tatsächlich, das war bei uns aber eigentlich fast immer mehr Philosophie. Also es hieß Rallye, aber wir haben mehr Philosophie gemacht. Musik, ja, das war auch schön. Genau, ich wollte was, wollte was zu, wollte was zu, ähm, Sui WTF. Boah, deshalb. Es tut mir leid. Ähm, zur Kunst sagen, genau. Wir hatten eine Kunstlehrerin, die hatte so komische Projektideen. Ich meine, stell dir mal vor, da war ich in der, in der siebten oder achten Klasse. Das heißt also, mitten in der Pubertät. Und dann kommt die Kunstlehrerin und sagt, ich hab ne tolle Projektidee. Wer mit dem nächsten Bild da fertig ist oder was auch, wie wir gerade machen, der kommt mal zu mir nach vorne. So, ich kam mal so zu denen nach vorne, weil ich, äh, fertig war. Und dann drückt die mir einen Lippenstift in die Hand und sagt, okay, pass auf. Du trägst jetzt diesen Lippenstift auf und dann küsst du das Blatt ab. Und guckst mal, was da für schöne Muster dabei rauskommen. Was kannst du nicht machen mit Jungs, die mitten in der Pubertät stecken? Sorry, aber... Ihr könnt euch denken, wie das ausartete. Das wollten irgendwie die wenigsten machen. Das geht einfach nicht. Naja. Sui X-Blatt. Ja, genau das. Die Reaktion, wunderbar. Wir haben dann eine andere Aufgabe zugeteilt bekommen. Nachdem wir diskutiert haben. Und sie das überhaupt nicht verstanden hat, warum wir das nicht machen wollten. Hat sie absolut nicht begriffen. Naja. So kommt das eine zum anderen. Ich hoffe, ich gucke deine Lehre nicht zu. Oh oh. Oh oh. Weil das war bei uns irgendwie generell so ein Ding. Die Kunstlehrer bei uns waren alle ein bisschen... ...strange, sage ich mal. Ich war tatsächlich auch eigentlich immer ganz gut in Englisch. Generell Sprachen liegen mir an sich. Auch wenn ich... Auch wenn mein Englisch jetzt echt schlecht ist. Das ist auch wieder schade, Drummer. Das passiert halt, wenn man sich darum nicht kümmert, ne? Aber wir hatten auch die strengste Englisch-Lehrerin da. Viele mochten ihn nicht, aber ich fand die super. War super lustig. Die Frau Arns, wie ist sie? Großartig. Auch schon lange nicht mehr im Dienst. Aber... Da blieb leider nicht viel von hängen. Es gab es noch so für Fächer. Ich fang halt irgendwie so weniger ein. Wobei wir auch schon ganz schön viele abgearbeitet haben. Bam. Wir hatten auch... Ja, von Lehrern kann ich natürlich auch ein Lied singen. Da hatten wir auch alle möglichen lustigen Leute. Ist auch so, dass die Leute den Sprachen gut sind, Mathe schlecht sind und umgekehrt. Ja, das habe ich auch schon beobachtet. Politik! Oh Gott! Ich bin so Politik, bin ich so schon zum Kotzen. Als Fach kannst du mir dann mal direkt wegrennen. Ne, ne, ne. Das hatten wir aber Gott sei Dank auch nicht als Pflichtfach. Gott sei Dank. Physik ist schön. Physik war super. Informatik hatte ich natürlich als Informatik. Ja, klar. Und da war ich auch ziemlich gut drin. Wir hatten aber auch so schöne Lehrer. Das hatten wir ja, als ich in der 10. war. Da hatten wir immer Physik und Mathe direkt hintereinander. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das Problem ist nur, dass meine Mathe-Lehrerin und mein Physik-Lehrer, die waren so ziemlich das krasseste Gegenteil, was es überhaupt hätte geben können. Das war dann meistens so. Ich wünsche dir, jogar die Nicht-Lehrerin und der